Ich bin ja auch zu dem Köhler vernommen worden. Es gab für mich überhaupt keinen Grund, da irgendetwas zu verschweigen. Wenn der Köhler ein Wehrsportgruppenmitglied gewesen wäre, dann hätte ich das gesagt. Was hätte denn das geändert? Gar nichts. Ich habe das ausgesagt, was tatsächlich der Fall war. Der Köhler ist einmal im Jahre 76 oder zweimal im Jahre 76 in Ermreuth gewesen und ist dort zweimal zu nächtlichen Geländeübungen ausgerückt. Und das war eigentlich das Ganze. Beim ersten Mal haben ihn seine Eltern gebracht, ich erinnere mich noch genau. 16 Jahre Junge kommt und die Eltern bringen ihn. Das war ein bisschen was Besonderes, weil sonst haben die Eltern ihre Kinder nicht gebracht. Die kamen von allein. Die wollten wahrscheinlich sehen, was da los ist, waren dann einverstanden und haben ihn dann wohl auch wieder abgeholt am nächsten Tag. Und ich erinnere mich, der hatte also seine eigene Begleitung dabei. Der hatte ein Bundeswehrdrillig, Knobelbecher, ohne Abzeichen. Aber er hatte unmöglich lange Haare. Und dann habe ich gesagt, Übung kannst du mitmachen, aber nicht mit dem Haarschnitt. So geht das nicht. Und dann habe ich dem die Haare geschnitten. Das habe ich öfter gemacht bei Wehrsportgruppenmitgliedern. Wenn der Haarschnitt nicht mehr gepasst hat, dann mussten die sich die Haare schneiden lassen. Und ansonsten habe ich mit dem Köhler eigentlich weiter keine Unterhaltung gehabt. Und er hat an diesen Übungen teilgenommen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was bei der ersten oder bei der zweiten, dürfte bei der ersten gewesen sein. Da hat er dann irgend so einen selbstgebauten Knaller dabei gehabt. Und während der Übung plötzlich sagt mir einer, oder er hat es gesagt, er hat also da so einen Böller dabei. Und was damit ist. Dann war ich erst mal erschrocken und ich war auch wütend, dass einer, weil es war ein, ganz klar geregelt, dass nichts, was irgendwie strafrechtlich relevant sein könnte, mitgebracht wird. Das hat angefangen vom Hakenkreuz, schon Koppelschloss mit so einem kleinen Hakenkreuz, durfte nicht getragen werden. Und das hat aufgehört bei der scharfen Schusswaffe und natürlich zwischendrin auch. Und das Ding wollte ich nicht mit uns dabei haben. Und dann habe ich gesagt, steig ab. Ich habe gefragt, hat das eine Splitterwirkung? Nein, das kracht nur. Dann habe ich gesagt, steig ab und geh 30 Meter weiter weg und lass das Ding los. Das hat er dann gemacht, dann hat es geknallt, dann ist er wieder aufs Fahrzeug gestiegen und die Übung wurde fortgesetzt. Und der Zufall wollte es, dass an dem Tag auch dieser Arndt Marx das erste Mal auf der Übung dabei war. Und der hat dann zu Protokoll gegeben. Er habe dann neben dem Köhler übernachtet, weil sie an dem Tag beide Neulinge waren und da hätten sich da so zusammengetan und haben sich dann unterhalten. Aber er hat keine Adresse aufgeschrieben und hat auch nicht gesehen, dass sich andere Adressen aufgeschrieben haben. Und damit war es dann gut. Und das war das Ganze.